WDR mediagroup GmbH Wieder Kaczeln und Neunigit neu aufnehmen. Das haben wir schon seit 25 Jahren. Ja, sowieso. Dann haben wir noch mal 35 Jahre. Nelly, können wir los? Ich mach doch jetzt mit dem Kassierer. Wer ist der Schreck vom Ruhrgebiet? Nur SGB! Fußballzeit bei uns im schönen Wattenscheid. Im Lohrheide-Stabion ist was los, denn hier ist die Stimmung groß. Und jede Woche neu, da gibt es tolle Spiele. Hat man eins gesehen, dann kann man es verstehen. Wattenscheid 09 wird niemals untergehen. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Fußballfans Fußballfans Die gibt es auch in Wattenscheid Und sie sind auch immer gern bereit Wenn ihre Mannschaft spielt Und jede Woche neu, da gibt es tolle Spiele. Hat man eins gesehen, dann kann man es verstehen. Wattenscheid 09 Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Und jede Woche neu, da gibt es tolle Spiele. Hat man eins gesehen, dann kann man es verstehen. Wattenscheid 09 Wird niemals untergehen. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Schwarz und Weiß Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Schwarz und Weiß, das sind die Farben bei uns hier im Revier. Wattenscheid 09 Ist ein Anlass, sich bis heute zu freuen 0-9 0-9 0-9 0-9 0-9 Bitte, Cheat!